So, wir versuchen das Ganze mal mit einem etwas dickeren Medium. Das ist die Mandelmilch. Mal sehen, ob es da genauso gut geht. Jetzt kippen wir wieder die Farben rein. Und wir nehmen ein Holzstäbchen und verrühren das Ganze. Da sieht man auch kleine Bröckelchen, das sind von den Mandeln. Das habt ihr vielleicht auch zu Hause. Wer keine Milch trinkt, hat vielleicht einen Mandeldrink. Und ihr seht, damit kann man es genauso schön machen wie mit der Milch. Tschüss.